metal lorde servus und herzlich willkommen beim drachenlord mein letztes video auf drachenlord war ja ein bisschen emotional ja so könnte man es nennen es gibt jetzt eine änderung der kanal drachenvlog wird zwar jetzt noch existieren ich werde erst mal existieren lassen aber ich werde da keine videos mehr machen es wird auch keine vlogs mehr geben ich werde hier auf drachenlord eigentlich umstrukturieren so wird zum beispiel nach wie vor die drachenlord formate geben das lügenlord format da habe ich jetzt sogar jemanden gefunden der mir ein neues intro dafür macht beziehungsweise wo den sound für das intro machen würde das wird im oktober kommen wann genau weiß ich noch nicht das soll auch keine ankündigung sein sondern lediglich eine aussage dass das passieren wird es wird keine vlogs mehr geben das bedeutet das wird hier ganz normal weitergehen ich werde jetzt euch gleich noch was reinschneiden vom summer breeze und zwar habe ich da am mittwoch dann erstag und freitag und auch samstag ein video gemacht und diese videos werde ich alle zusammen in ein kurzes video schneiden wo ich einfach ein bisschen auf dem breeze war einfach weil es keine vlogs mehr geben wird und dass der letzte vlog ist der existieren wird der kommen wird und ich aber da es drei vlogs eigentlich sind und nicht einer werde ich sie in ein größeres video zusammenschneiden und hier bringen zusätzlich wird es demnächst ein video über summer breeze geben auch hier auf dem kanal wo ich einfach mal ein bisschen zusammenfasse was auf dem breeze passiert ist wie mir das breeze dieses jahr gefallen hat was positiv und was negativ war auch auf die fans bezogen auf die hater bezogen allgemein einfach was ein bisschen passiert ist das soll einfach ein video werden ein bisschen so ähnlich wie es beim dunklen parader der fall war wo er tatsächlich auch halt über die positiven und negativen sachen auf dem breeze gesprochen hat und genauso was soll es im prinzip bei mir auch werden metal leute servus und herzlich willkommen vom summer breeze ist das ein herrliches wetter unglaublich geil ich habe fast ein problem gehabt mit den summer breeze karten also mit den karten nicht sondern mit den autogramm karten denn es hat geheißen das ist eine promowerkzeug das bekomme ich das darf ich nicht mit reinnehmen und habe ich halt gemeint ja okay gut dann will ich mit dem veranstalter und so weiter sprechen weil ich ja mittlerweile recht gute größe auch auf youtube bin und alles und ja weil ich auch viele videos über youtube und so weiter mache und auch über das breeze erzähler machen will habe ich auch dazu gesagt und da haben die halt gemeint naja okay gut ich darf sie mit reinnehmen ich darf halt nur leute nicht darauf ansprechen und quasi meinen karten in die hand drücken hatte ich ja nie vor sondern nur wenn mich die leute darauf ansprechen ich habe mir auch jetzt überlegt im rahmen dieser situation dass ich doch hergehen könnte und eigentlich auch einen kleinen bericht über summer breeze machen ich werde also im lauf des ich werde also im lauf der nächsten paar tage ein video hochladen wo ich hier über das gelände lauf heute ist der donnerstag also wir sind gestern angekommen waren dann gestern auch noch kurz vorne ich würde mal sagen ich belasse es mal dabei ich habe auch vor mich irgendwo in die pampa zu setzen heute oder so einfach mal so auf dem boden irgendwo in die pampa und da einfach einen kurzen vlog zu drehen einfach mal so kurze info über mich über erdbärchen was jetzt also sache ist weil es viele ja gibt die jetzt zum beispiel meinen wie sie heißt und alles werdet ihr nicht erfahren außer halt erdbärchen aber ansonsten ja es gibt sie auf jeden fall und das werden wir früher oder später schon auch mitbekommen naja wie auch immer auf jeden fall danke ich euch fürs zuschauen und hoffe es beim nächsten mal wieder mit dabei dieser vlog ist jetzt noch nicht zu ende wahrscheinlich ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen rumlaufen aber schauen wir einfach mal was dabei rauskommt haut rein bis dann Metal on. So Leute, es ist unser Warm. Wie man vielleicht sieht, ich habe mich jetzt schon mehrfach geduscht und alles. Hört ihr das Geräusch? Das ist mein Kollege hier, der hier gerade unser Zelt klebt. Wie man sieht, unser Zelt ist hier dezent eingefallen. Und ja, wir haben jetzt nur noch hier und da drüben einen, ich bin jetzt bewusst nicht in die Richtung, wir haben jetzt nur noch zwei Stangen, die halt hier so das Zelt halten. Und das ist dezent beschissen. Jedenfalls ein paar Fans habe ich auch schon getroffen. Voll cool. Gestern habe ich noch jemanden auf dem Arm unterschrieben. Generell eigentlich läuft vorab, Ah, mach mal Herz drauf! Machen wir Herz drauf! Also gut, Herz drauf gemacht. Mit einem Schwert durch. Wir haben 33 Grad, ich werde jetzt mal kurz aktualisieren. Das aktualisiert sich gerade von alleine. Offiziell gerade 33 Grad, weil jetzt noch die Aktualisierung fertig ist. Ja, und du machst einen Ultra-Krachter im Hintergrund. Zeigt der mir hier den Finger, unglaublich. Wie auch immer. Ich denke, ich werde für heute den Vlog hier beenden, weil wir werden jetzt noch auf die Reiter vorgehen. Den anderen, ich habe ja heute schon was gemacht, heute früh, das werde ich dann zusammenschneiden mit dem hier. Ich habe auch nicht so viel Akku, weil ich habe nur einen Akku dabei und der Akku hält auch nicht so mega lange, leider. Darum würde ich sagen, wir machen es einfach so, dass ich jetzt dann den Vlog direkt hier beende. Dann haben wir einen ungefähr 7-8 minütigen Vlog, falls ich das nicht zu extrem schneiden muss. So Leute, Servus, herzlich willkommen bei einem kleinen, ja, wie nennen wir das Ding? Daher läuft auf Breeze? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fällt euch was auf? Ich zeig's nochmal. Was? Es ist voll wenig los, Mann. Normalerweise ist da hinten alles zu. Wir waren jetzt ja ganz fast da hinten. Aber es ist einfach mal nichts los, Mann. Ich meine, gut, es sind schon tausende Leute hier. So ist es jetzt nicht. Aber es ist das Jahr echt erstaunlich wenig los, wenn man bedenkt, wie krass viele Leute normalerweise auf dem Breeze sind und wie viel das letztes Jahr war. Irgendwas ist hier in der Luft, glaube ich. Naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, ich glaube, jetzt noch ein bisschen über das Breeze heute und zeig ich euch mal ein wenig so die Landschaft. Wobei, man muss es jetzt ja fast so halten, das sieht man ja fast nichts, ne? Da ist die Cola-Dose. Äh, die Bier-Dose. Mit dem habe ich auch gestern ein Instagram-Bild gemacht. Habt ihr ja schon gesehen wahrscheinlich, da das Video erst nach dem Breeze kommt, da ich ja auf dem Breeze weder, ja wobei, WLAN hätte ich eigentlich. Ich könnte ja nicht was hochladen, ne? Letzt auf bin ich ja nicht auch dabei. Hm. Ne, ist mir zu anstrengend. Außerdem habe ich kein Ladegier dabei. Ja, wie auch immer. Ähm, der Parade-Ritter ist auch da. Der hat ja auch ein Fan-Treffen gemacht. Wir haben auch spaßes Halbwerk gesagt, ja, komm, lass uns im Biergarten hocken. Es sind einfach mal tausende Leute da. Metal-Drache. Es sind einfach mal tausend Leute da. Metal-Drache habt ihr ja auch schon gehört. Und, äh, servus. 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 Stört sich, wenn du im Video bist? Ja. Ja, gut. Dann sei es raus. Danke. Ja, gut. Wie auch immer. Mal einen kleinen Schlitz setzt. Manche Leute wollen eben nicht im Video sein. Kann ich auch nachvollziehen. Bei der ganzen Scheiße, die bei mir um die Robben abgeht, ne? Im Großen und Ganzen ist es eigentlich ziemlich geil. Ähm, wohin laufen wir? Laufen wir da lang? Laufen wir da lang? Scheißegal, wir laufen geradeaus. Ähm, ja, bei ein paar Fans war ich auch schon am Z-Platz. Die haben auch schon gemeint, ey, wenn du nachher mit der Kamera irgendwie rumläufst, äh, komm bei uns vorbei. Wir wollen auf jeden Fall mit ins Video. Wär saukool. Metal-Loydi. Servus. Und herzlich willkommen. Sommer-Breeze. Ragnarok. Stapen. Sommer-Breeze. Und was? Und was macht der Drachenlord? Er frisst das nur Chips. Ja, äh, war jetzt ja noch bei den Fans. Die wollten jetzt doch nicht mehr mit auf die, äh, mit aufs Video. Aber hab jetzt noch drei weiteren getroffen. Ist saugeil. Äh, und ich hab gerade das Gefühl, dass mir meine Kamera verreckt, weil's regnet. Ja! Jo, dann würd ich sagen, euch seh ich vielleicht morgen auf dem Landkreffen. Genau. Und euch, die Kamera verreckt. Äh, wir sehen uns nachher am Zeltplatz, wenn's wieder trocken ist. Haut rein. Mach's gut. Mach's gut. Metal-Loydi. Servus. Und herzlich willkommen. Beim Drachenlord. Ja, äh, heute Drachenvlog. Mal anders. Und zwar, äh, bin ich jetzt heute hier kurz am vloggen. Ähm, auf dem Heimweg von Breeze. Ich hab jetzt das Fantreffen gemacht. Bin jetzt nach dem Fantreffen losgefahren. Ähm, ja, gut. Äh, was soll ich jetzt groß sagen? Irgendjemand hat mich jetzt drauf angesprochen, angeblich würde ich Pfanddosen und so einen scheiß Clown. Äh, hallo? Ich hab zwar Pfanddosen und so weiter dabei, aber das sind die, wo ich und mein Kumbi gesoffen haben. Mein Kumbi ist ja schon gestern gefahren. Weil er heute noch auf einem, äh, was ist das, äh, Mittelaltermarkt oder was mit seiner Freundin ist. Wie auch immer. Ich bin jetzt hier kurz außer Orts von Dingeswischern, äh, im, ich weiß gar nicht, wie dieses schöne Kaffee heißt. Auf jeden Fall, äh, steht da vorne Sulzach. Also wird das wohl die schöne Sulzach sein. Ja, äh, ich hab mir jetzt einfach gedacht, äh, ich mach jetzt hier noch einen kurzen Vlog. Ähm, sonderlich viel würde heute noch mal gehen. Ähm, die Security hat mir heute echt den Arsch gerettet. Ganz ehrlich. Äh, hier ein riesiges Dankeschön an die Security von, äh, vom Summer Breeze. Da muss man echt sagen, Bombe. Ja. Also, äh, ich hab versucht meine Fans irgendwie zu organisieren, dass sie sich nach und nach anstellen, aber das hat einfach nicht geklappt, ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es waren natürlich auch ein paar Spacken dabei, ne, so wie immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen waren schon coole Leute mit dabei. Ich hab auch schon, ich hab jetzt viele Autogramme auch vergeben. Ähm, natürlich sind jetzt eigentlich nicht zu dreist gewesen und haben nach, äh, nachgefragt, ob sie eine Autogramm für Regenbogen schafft bekommen, aber für diesen Herrn Vielmann Assi haben sie eins gewollt. Das hat mir am Anfang nichts gesagt, weil halt die einfach gesagt haben, Phil, und Phil ist jetzt auch nicht unbedingt der Unbekannte Name, ja. Ähm, ja gut, aber im Großen und Ganzen läuft das auf eigentliche Sachen hinaus. Großen und Ganzen war es trotzdem ziemlich cool, das Ganze. Ähm, war mal eine neue Erfahrung, mal eine coole Erfahrung. Äh, es war mal was komplett anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find das unglaublich geil. Ähm, ja, also, ich werd demnächst auf meinem Hauptkanal noch ein kurzes Kritikvideo über der Summer Breeze machen. Aber ich denke, der Summer Breeze wird ziemlich gut bei mir abschneiden. Äh, ich werd auch mal mit dem, äh, Alex noch reden, also mit dem Nugendem Parabere, äh, ob er da nicht noch irgendwie was, ähm, ob er da nicht auch mal irgendwie Lust hat, ähm, mal zusammen, sich zusammenzusetzen. Irgendwann einmal, jetzt in der Vergangenen, in der Zukunft dann, muss jetzt nicht direkt fürs Breeze sein, aber irgendwann mal sich gerne zusammenzusetzen und einfach mal so seine Erfahrungen über die, über die Festivals auszutauschen. Werde ich ihm nächstes Mal auf Twitter anschreiben. Äh, ich kann auch eine SMS schreiben, Nummern haben wir ja voneinander. Das ist ziemlich cool. Ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, ich danke euch schon mal fürs Zuschauen, hoffe, dass er beim nächsten Mal wieder mit dabei. Äh, ich werd noch kurz vloggen, wenn ich zu Hause bin, schätze ich mal. Ich werd die Kamera mit vornehmen, ich hab noch mehr Akku, als ich erwartet hab. Werd vielleicht noch ein paar Bilder machen, vielleicht auch unterwegs noch ein bisschen vom unterwegs, äh, filmen. Äh, vielleicht werd ich mich noch mal irgendwo zur Ruhe setzen, weil ich hab jetzt ungefähr anderthalb Stunden Fahrt vor mir. Ich bin jetzt bloß ungefähr, ich bin jetzt bloß rausgefahren aus dem Breeze. Ging dieses Jahr sehr gut, ging dieses Jahr sehr gut, muss ich sagen. Letztes Jahr haben wir, waren wir ewig im Stau gestanden und dann hat's ein bisschen gedauert und dann sind wir rausgekommen. Und dieses Mal sind wir auf einen Schlag rausgekommen und jetzt kommt ein Motorrad und ich sage, bis nachher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, Metal Leute, servus und herzlich willkommen. Ja, wir sind jetzt hier schon auf dem Weg nach Erlangen. Ich hab meinen Start jetzt ein bisschen verplant, mit dem Video, ich wollte eigentlich jetzt anfangen bevor ich losfahre. Aber vor lauter Hin und Her gedöhnt, hab ich es gar net geschafft. Ich trage wie ihr seht heute meinen Drachenlord-Shirt. und bin auch ein bisschen gegelt. Ja, meine Sonnenbrille habe ich beim Autofahren immer auf. Ich hoffe, es ist gar nicht so windig. Ich werde jetzt auch nicht so sonderlich viel labern. Wir werden jetzt einfach mal schauen. Wenn ich in Erlangen bin, werde ich ein bisschen durch Erlangen-Gurken dabei ein bisschen filmen. Ja, und dann kann ich mich bei der Gelegenheit gleich dieses Mal daran gewöhnen. In Erlangen bin ich auch nicht so oft. In einem Laden selbst finde ich es jetzt ein bisschen unangenehm zu filmen. Aber wenn ich jetzt so durch die Stadt laufe, das hat in Nürnberg ja auch schon mal funktioniert. Und das Video gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Oder ist nicht mehr auf populär geschalten. Jetzt bin ich da ab. Jedenfalls ist es so, dass ich jetzt da hergehe und jetzt da nach Erlangen auf die Bergkirchweih gehe. Und auf dieser Bergkirchweih werde ich dann ein bisschen filmen, ein bisschen rumlaufen. Fuck, ich glaube, ich habe jetzt keine Autogrammkanten dabei. Wobei doch, ich habe welche dabei, aber ich habe, glaube ich, keinen Stift dabei. Das ist natürlich nachteilhaft. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Wir fahren das Tier. Aber dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal. Viel Spaß. Ja, ähm, übelst eine Fehlstart schon mal hingelegt. Jetzt habe ich keine, äh, jetzt habe ich zwei Kippen dabei, aber kein Feuer. Nachdem ich die Kippen erst mal im Auto gelassen habe, durfte ich nochmal zurückrein. Ja, mega scheiße. Aber gut, was soll man machen? Ja, jetzt geht es jetzt mal auf die Bergkirchweih. Na ja, ich laufe gerade vom Omega Skatepark in Erlangen Richtung Arkaden und von den Arkaden aus dann vor zur Kirchweih. Ja, da kommen wir von mir, der hier geboren ist, allerdings nicht hier aufgewachsen. Da kennen Sie sich allerdings was von mir aus. Wir haben ja dann erklärt, bis ich da hinkomme. Und, ja, wir sind öfter in den Arkaden und auch öfter im Kino. Ach ja, äh, ich habe meinen Mähton dabei, falls es immer so komische Geräusche macht, das ist mein Mähton. Ja, äh, ich denke, ich werde jetzt nochmal eine kurze Pause irgendwo machen, weil ich habe noch einen ziemlich weiten Weg vor mir. Und hätte ich jetzt ein beschissenes Smartphone, hätte ich hier nebenbei sogar noch ein Video machen können, wo ich ein bisschen fragen werden würde. Aber, mein Handy, das in der Reparatur war, wurde nicht repariert, weil es angeblich einen kompletten Totalschaden hat. Ähm, ein neues Handy kostet 80, die, also das gleiche Handy wieder hätte 80 gekostet. Die Reparatur hätte 60, knapp 70 Euro gekostet. Ja, was müssen wir machen? Natürlich wollen Sie, dass man sich ein neues Handy kauft. Könnte ich natürlich jetzt vorgegenlegen, aber es ist ja voll scheiße. Tja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal weiter. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich heute aufnehmen werde. Aber, ja, jetzt soll man durch die Stadt wackeln, ist auch ganz okay. Dann würde ich sagen, ich höre ein bisschen Musik. Mach dann gleich irgendwo ein bisschen Päuschen. Man hört schon Musik. Ich weiß gar nicht, wie weit die Kirchweih ausgebaut ist. Die ist anscheinend ein ganzes Stück hinterm Bahnhof noch. Und selbst dem Bahnhof laufe ich jetzt noch mindestens 10 Minuten. Schauen wir jetzt einfach mal, wie lange ich noch brauche. Dann würde ich sagen, ich merke mich gleich wieder. Bis gleich. So, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt gut versteht. Aber, jetzt sind wir schon mal hier. Ja, jetzt stehe ich hier oben rum. Ich habe jetzt keine Pause gemacht hierher. Ich stehe jetzt halt hier oben rum. Ist unglaublich schwächer zu reden, wenn hier so viele Leute rumrennen, weil man das gar nicht vorkommt wie ein Vollidiot. Aber gut, muss ich früher oder später eh lernen. Und, ja, ein paar Fans habe ich schon erkannt. Fand ich jetzt schlecht. Ähm, hier mal Grüße an der Stelle. Und, ja. Ich muss noch überlegen, wie lange ich jetzt bleib. Keine Ahnung. Sondern eine spannende Szene. Und ich mag so große Menschenmengen eigentlich ohnehin nicht. Von daher. Aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht nehme ich nachher noch was auf oder ich mache spätestens auf dem Rückweg dann noch auf irgendwas. So, Leute. Ja, ich sitze jetzt hier neben dem Eingang-Folierkarten. Ich habe jetzt keinen Bock mehr gehabt. Also, ich bin los. Kann ich überhaupt nicht ausstehen. Na gut, vielleicht gehe ich die Woche noch mal ran. Ein paar habe ich ja getroffen. War nicht so viel los jetzt. Ähm. War es jetzt so viel, wie ich gedacht habe. Also, auf der Kirchberg. Ähm. Haben mir ein bisschen größer vorgestellt. Ein bisschen. Ähm. Größer. Naja, schwierig zu definieren. Ein bisschen größer im Sinne von, dass mehr Platz für die Leute ist. Aber das sind so unglaublich viele Leute da. Ich vermute, wenn die noch größer wären, würden wir noch mal hier kommen. Von daher. Furt's egal. So. Da vorne ist mein Kino. Möchte mal hingehen. Da werden wir jetzt gleich vorbeilaufen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt noch ein bisschen. So. Und am Laufen. Ähm. Ein bisschen weiter am vloggen. Ja. Im Prinzip. Gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Jetzt eigentlich. Mein Tag war eigentlich relativ langweilig. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie spät wir gerade haben. Wir haben 21.44 Uhr. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gegen 10. Naja, sagen wir mal gegen Viertel 11. Wenn die wieder zu Hause sind. Und. Ja. Dann können wir weitermachen. So. Da ist das Kino. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Äh. Da ist da hinten der Eingang. Dann gehe ich halt immer hin. Ähm. Das ist ein ziemlich cooles Kino. Das ist nicht so teuer. Taugt. So. Nur immer noch unangenehm zu vloggen. Während ich hier rumlaufe. Man muss bedenken, es sind jetzt wesentlich mehr Leute als bei mir. Und ich bin es auch überhaupt nicht gewöhnt. Ich mag das eigentlich auch gar nicht. Ich werde immer wieder gefragt. Jo, wie soll man in der Stadt leben? Nee. Eigentlich nicht. Mir ist es ganz recht. Ähm. Cool auch. Ich habe ja vorhin schon gesagt. Kaugummis habe ich. Aber. Dummerweise habe ich meine Kippen. Aber kein Feuerzeug, das funktioniert. Ich habe zwar eins dabei. Aber. Rauchen ist sowieso ungesund. Da sind Kaugummi gesünder. Gut. Dann würde ich sagen. Im Großen und Ganzen ist der Vlog hier eigentlich zu Ende jetzt. Ähm. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann würde ich einfach sagen. Wir sehen uns dann morgen. Mit einem Hashtag FragDrache. Haben wir ja schon vorgehabt. Ja. Dann würde ich sagen. Haut rein. Euer Drachenlord. Tschü. Metal Leute. Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ich wollte eine Frage von ASK.T hier beantworten. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen. In dieser E-Mail war was gestanden, was ich mit euch teile. Die Frage, die ich auf ASK.T beantworten möchte, trifft auf das gleiche zu. Deswegen werde ich euch kurz über die Frage informieren. In der Frage hieß es, was ist plötzlich mit meinem Kanal los, warum ich plötzlich so viele Abonnenten auf einen Schlag habe. Die E-Mail gestern handelt von einem anderen und zwar von jemand, oder ich glaube, dass es von jemand anderem ist. Mich hat jemand angeschrieben. Und der meinte, er sei ein großer Fan von mir. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Solche E-Mails bekomme ich recht häufig mittlerweile. Aber was mich stört, ist das, was danach kam. Er meinte, er meinte, er wüsse, dass ich das nicht möchte. Er meinte, dass ich es aber verdient hätte und so weiter. Kurzum, diese Person hat anscheinend Geld dafür ausgegeben, dass ich auf einen Schlag eine ganze Menge an Abonnenten dazu bekommen habe. Ich habe das Ganze zuerst für einen Witz gehalten. Aber meine Abonnenten waren gestern auf 925 oder so und sind dann auf einen Schlag auf über 1048 bis heute angestiegen. Meiner Meinung nach das absolut Letzte. Ich weiß, dass ich jetzt wieder als arrogantes Arschloch dargestellt werde. Leute, ich wollte mit meinem Kanal beweisen, dass ich das schaffen kann, weil ich mich anstrengen, weil ich meine Videos mache, weil ich mit meinem Feuereifer und meiner Persönlichkeit an die Sache rangehe. Nicht, weil ich mir über irgendwas Abonnenten gekauft oder besorgt habe. Das ist auch genau der Grund, warum ich keine Abonnenten von anderen Leuten möchte. Ich möchte nicht gepusht werden von irgendwelchen YouTubern oder sonst was. Das könnte ich alles einfach einfädeln. Dafür bräuchte ich keine Abonnenten mehr kaufen. Oder mich ein anderer YouTuber pusht, indem er zu seinen Zuschauern in irgendeinem Video oder irgendeinem Livestream oder sonst was sagt, schaut euch einmal beim Drachenlord um oder sonst was. Das ist alles eine Sache. Eine vollkommen andere Sache ist es aber, wenn jemand hergeht und Geld dafür ausgibt, dass mein Kanal größer wird. So, jetzt hat mein Telefon geklingelt vorhin, deswegen musste ich das jetzt mal zu schnell unterbrechen. Also, es tut mir leid, es hat jetzt alles viel zu lange gedauert. Ich habe jetzt schon lange mit allen möglichen Leuten gerade telefoniert. Privat ein bisschen Stress und so weiter. Also, wie gesagt, ich finde es absolut das Letzte, dass jemand tatsächlich so weit geht. Und dass mich jetzt tatsächlich Leute auf Twitter bereits fragen, dass ich mir tatsächlich selbst Abonnenten gekauft habe. Wenn wirklich jemand ernsthaft glaubt. Das ist genau die gleiche Scheiße wie mit diesem Blödsinn von wegen Nazi. Wenn jemand tatsächlich glaubt, dass ich ernsthaft mir selbst Abonnenten kaufen würde, wo ich dieses ganze Scheißdrecks gepusche, ablehne, dann tut mir das leid, aber dann ist das kein Fan. Dann ist das einfach mal wieder genau der gleiche Schwachsinn wie bei dem ganzen Schmann mit den Nazis. Und falls sowas tatsächlich nochmal vorkommen sollte, dass mir tatsächlich jemand ernsthaft Abonnenten kaufen will, dann wird es meinen Kanal in Zukunft nicht mehr geben. Ich habe keinen Bock auf diesen Schwachsinn. Entweder ich schaffe es alleine oder gar nicht. Ich will nicht gepusht werden, weder von YouTubern noch von irgendwelchen Vollhorsten, die meinen, sie müssen da jetzt auf die Kacke hauen und Hauptsache, dass da jetzt selber wieder Scheiße am Brodeln ist. Ich weiß noch nicht ganz genau, was da jetzt wieder abgegangen ist. Da habe ich jetzt wieder ein paar ernsthaft gemeint. Ja, guck mal mit mir ein paar Abonnenten. Ganz ehrlich, sowas brauche ich nicht. Gut, da das Video heute noch online kommt, wenn ich so nicht weiß, wie lange es jetzt ist, muss ich es jetzt hier direkt abbrechen, tut mir leid. Morgen kommt dann der Drachenlord auf Drachenlord. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Haut rein. Ciao. Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja, ich muss die Kamera noch ein bisschen umstellen bei Gelegenheit, aber heute habe ich dafür echt keinen Sinn. Ich habe mir jetzt ein neues Stativ bestellt für die Videos hier oben auf Drachenvlog, also in meinem Fall hier oben. Den Drachenvlog-Kanal mache ich ja normalerweise jetzt allein hier, immer so auf der Couch. Ich habe mir jetzt auch ein zweites Stativ schon bestellt heute, oder gestern eigentlich, das müsste jetzt auch bald kommen. Dann habe ich auch eigentlich zwei Stative, das wurde schon lange Zeit. Und ja, heute kommt kein Video auf Drachenlord. Wer mich gestern auch, oder wer mich allgemein auf Twitter verfolgt, hat es gestern schon mitbekommen, dass ich geschrieben habe, dass ich total erkältet bin. Da geht es echt richtig mies. Ich habe eigentlich gestern schon ein Video dazu gemacht, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, das Jahr fängt echt super an. Gleich mit der Griselgrätze völlig flach gelegen, alles safe, voll für den Arsch. Ich habe auch überhaupt zu nichts Lust. Ich schaue gerade ein bisschen Gronk nebenbei noch. Ich bin jetzt bei Folge 97 bei The Forest. Spiele nebenbei hier, lege mich halt, liege mich halt hier auf der Couch und habe hier meine Decke und alles. Und spiele halt nebenbei immer ein bisschen Wii U und alles. Aber wirklich optimal ist es übrigens nicht, das ist so für den Arsch. Ich habe es schon auf Twitter preisgegeben, wer mich auf Nintendo mal suchen will, beziehungsweise halt mit der Wii U mal suchen will und mich als Freundin zufügen möchte. Wer Lust dazu hat, ja, solange er sich dann nebenben nimmt, ist das alles kein Problem. Und dann ist das so wie üblich halt. Meine ID ist Drachengames, also ich schreibe es euch oben mit rein. Und ja, darum befindet ihr mich auf jeden Fall. Ja, und so dürftet ihr mich dann finden. Und ich bin total im Arsch. Ich werde mich jetzt dann gleich hinlegen, noch ein paar Stunden für Irving entspannen. Ich bin echt im Arsch, es tut mir echt leid. Ähm, ich bin seit gestern, lege ich jetzt total flach. Ich wollte eigentlich gestern den Drachenlord aufnehmen. Ich werde, wenn ich jetzt schaffe, die Woche noch ein, also Freitag, Samstag, Sonnen, heute mal in dem Dreh. Und wenn es mir bis dahin besser geht, werde ich ein kurzes Ausgleichsvideo machen, einfach so als Entschädigung. Ansonsten wird das schon wieder nächste Woche, Mittwoch, was kommen, weil ich bin echt total im Arsch. Und ich muss mich jetzt echt ausruhen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich jetzt, ich werde eigentlich, also richtig krank, so wie jetzt, da werde ich eigentlich wirklich nur einmal alle drei Jahre oder was. Und jetzt war ich das ganze letzte Jahr immer wieder mal krank, nochmal so zwei, drei Tage. Alles nichts Scheiß gewesen, nichts Salz und nichts Ganzes. Und das war echt für den Arsch. Bis ich wieder gesund bin, wird wahrscheinlich auch nichts weiter auf Drachen-IP kommen. Ihr habt gemeint, ich soll, oder ein paar haben gemeint, ich soll in meinem Vlog-Kanal halt noch ein bisschen mehr über mich erzählen. Das kann ich gerne in Zukunft machen. Ich muss mir da bloß ein paar Themen zurechtlegen, beziehungsweise mein Tagesablauf, ihr habt mich ja nach meinem Tagesablauf gefragt. Mein Tagesablauf, also normalerweise, wenn ich jetzt nicht krank wäre, würde jetzt halt so aussehen. Ich würde aufstehen, würde in aller Ruhe frühstücken, dann um halb neun würde ich auf Arbeit fahren, äh, um halb acht, Verzeihung, um halb acht würde ich auf Arbeit fahren, also dann um acht ungefähr auf Arbeit bin, wenn ich nicht gerade ein Meeting habe oder sonst was. Nach dem Meeting würde ich dann nach Hause fahren, würde wahrscheinlich erst mal Mittagessen, dann nach Mittagessen, so gegen zwei geht es dann nochmal los. Und dann bin ich so gegen sieben meistens zu Hause, manchmal auch gegen sechs. Und, äh, ja, gegen sechs, äh, witzig. Gegen sechs Uhr abends bin ich dann oft mal zu Hause und dann mache ich noch ein bisschen was an meinen Videos oder zocken oder irgendwas oder lasse den Tagesablauf eigentlich ausklingen. Ähm, das ist so mein allgemeiner Tagesablauf eigentlich. Wenn ich jetzt dann nicht gerade irgendwie, ich habe zwei Tage die Woche, dann mache ich Büro. Äh, das heißt, ich mache da diverse Geschichten von, äh, Finanzmanagement und so weiter. Da muss man ja auch die Finanz muss man klären, da muss man das Ganze mit der Steuer klären und so weiter. Das ist alles eine ganz schöne Menge Arbeit. Äh, das habe ich zweimal die Woche und nehme ich mir dafür Zeit. Am Dienstag habe ich mir oft noch die Zeit genommen für, äh, also meistens mache ich es Dienstag so, dass ich Dienstags gegen Mittag um zwei Uhr dann Feierabend mache, äh, dass ich dann die Videos drehen kann, schneiden kann, rändern kann, hochladen kann. Es war ja am Dienstag Feiertag, den habe ich total übersehen gehabt, das war voll krass. Aber ich bin früh aufgestanden und war sowieso völlig im Arsch, also das war heftig. Äh, das war echt nicht cool. Und jetzt bin ich am total in der Zeit, ich weiß nicht, ob man es mitgerichtet hat, ob man es hört oder so, keine Ahnung. Aber mir geht es auf jeden Fall gerade echt dreckig. Ich habe mir vorhin, äh, mir die Tonzin nochmal geholt, weil das alte, das war jetzt so leid, das ist gestern Abend ausgegangen. Äh, richtig beschissen. Und, ja, muss ich jetzt dann gleich wieder nehmen, das ist dann gleich die nächste Stunde rum. Ja, ähm, ich danke euch auf jeden Fall mal fürs Zuschauen, das tut mir echt leid. Vlogs werde ich auch keine mehr machen, bis ich wieder gesund bin, weil das lohnt sich einfach nicht, das ist einfach so für den Arsch. Ähm, das tut mir echt leid. Ich danke euch fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschau Leute. Wupp, wupp. Yay, Metal-Leute, servus und herzlich willkommen bei einem weiteren Blödsinn-Vlog. Übrigens, wir haben immer noch den fünften. Und, äh, es kam heute noch etwas an für mich. Ja, das sieht aus, ist mir scheißegal. Ich arbeite und lebe in diesem Zimmer, beziehungsweise in diesem Haus. Deswegen darf es bei mir ruhig mal ein bisschen aussehen. Gut. Und, kaum mache ich ein Auspack-Video, kommen hier die nächsten Typen, die geblockt werden müssen. Das ist echt uncool, Leute. So, dann bannen wir mal und dann kann es auch schon weitergehen. Und, uh, so. Ich würde mal sagen, wir haben hier, uh, eine neue Tasche, nennt sich Karton. Mega nervig. Kleinen Moment. Und, uh, dann bin ich später weg. So, man sieht schon, ich bin heute richtig, richtig gut drauf. Jetzt geht es auch gleich noch ins Schwimmbad. Deswegen stehe ich hier auch mal eine Schwimmtasche. Und da steht ein Kasten Bier und eine Menge anderen Zeugs. So, wo geht es denn hier an? Ach, hier. Ja, ich habe dafür sogar eine Tasche. Ist das nicht nett? Das ist nicht nett nett. Das ist nicht nett nett. So. Gut. Uh, was soll da drinnen sein? Ich weiß es nicht. Vermutlich der Hinterteil. Da ist hundertprozentig eine Lampe drinnen. Vielleicht auch eine zweite, ich weiß es nicht. Hier. Uh, da kommt mir schon die Hälfte entgegen. Da haben wir einen Ständer. Wir haben einen Ständer. Ist das nicht nice? So. Hier ist nochmal so ein Hinterteil. Und, uh, wer hätte gedacht, ein drittes. Was hat der Drachenlord da bloß wieder gekauft? Hier haben wir Lampenglühbirnen, um genau zu sein. So, und hier ist eine dritte Glühbirne. Drei Glühbirnen. So, und was haben wir hier? Da kommt auch schon wieder die Hälfte raus. Was soll das? Sieht aus wie ein weiterer Ständer. Heute habe ich aber viele Ständer. Hey, da ist noch ein zweiter. Beziehungsweise ist das schon der dritte. Und, uh, wir haben einen Glockenaufsteller. Was? Er hat drei Ständer, drei Lampen und einen Glockenaufhänger. Hm? So, ich habe keine Ahnung, wie das Teil wirklich heißt. Aber, ich werde das Zeug aufbauen und euch dann im Laufe der Tage nochmal zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Das Ganze wird so laufen, dass ich damit endlich vier Softboxen habe und zwei Reflektorschirme. Für denjenigen, der jetzt denkt, was? Du Vollidiot, du hast doch überhaupt keine vier Softboxen. Es sind doch bloß drei. Drei. Vier. Oh yeah. Ja, also wir haben tatsächlich vier Softboxen und, äh, davon werden drei unten stehen. Vermutlich werden davon von drei unten stehen bleiben. Die eine hier wird wahrscheinlich hier oben bleiben, weil ich die für die Vlogs und so weiter benutze. Wenn ich hier oben vlogge, mit der kleinen Cam hier, und ich werde zusätzlich eine, ich werde zusätzlich die zwei Reflektorschirme in einen weiteren Raum, beziehungsweise in ein weiteres Gebäude stellen, wo ich was machen kann. So, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und das war das Auspackvideo von den Softboxen. Das Aufbauvideo wird morgen kommen. Tschüss. Metal-Lude, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ähm, ich habe jetzt leider ein paar Videos gemacht gestern. Ich war ja gestern auf dem Rock am Herzfeldsee und die Kamera ist ziemlich hoch eingesteckt gerade, egal. Ich war ja auf dem Rock am Herzfeldsee, war ziemlich cool. Zunächst mal, äh, wir haben Fotos, also ich habe mit ein paar Leuten Fotos gemacht, die habe ich auf der Cam, beziehungsweise jetzt auf meinem Rechner. Äh, sie hat mir die E-Mail-Adresse gegeben, falls du das Video hier siehst, ähm, du müsstest mich irgendwie kontaktieren, denn, äh, entweder bin ich zu blöd, um sich dich zu lesen, oder du hast einen Schreibfehler bei der, bei deiner E-Mail-Adresse gegeben. Ich kriege jedenfalls immer eine Fehlermeldung, wenn ich dir die Bilder zuschicken will. So. Äh, ansonsten war es das dazu eigentlich schon. Ich werde jetzt einfach ein kleines Video zusammenschneiden von, äh, gestern. Von dem Rock am Herzfeldsee. Ich bin jetzt früher nach Hause gegangen, wie ich im Vlog schon gesagt habe, weil ich privat Probleme hatte. So, Leute. Ja, sagt nochmal leb wohl. Denn jetzt geht's ab aufs Festival. Allerdings werde ich das Akku gründen, nicht so lange filmen und nicht während der Fahrt filmen. Äh, ich habe aber noch meine zweite Kamera dabei, also mein ganzes Kamera-Equipment und, äh, mit der kleinen Cam und so weiter. Also ich werde öfter filmen, aber, ja, jetzt mache ich noch einen kleinen Zwischenstopp in Rewe und dann geht's los. Gut, so, jetzt bin ich in, ähm, Moment, auf meinen Zettel spicken. Nettestheim, glaube ich, heißt es K4. Äh, Nettestheim, genau. Nettestheim am Netto. Äh, warte jetzt noch auf meine Leute. Äh, bin noch ein bisschen zu früh dran. War eine halbe Stunde zu früh jetzt dran. Jetzt sind's noch 10 Minuten in etwa. Oder 5 Minuten, je nachdem. Ähm, und dann geht's aufs Festival. Ich weiß noch nicht, was ich alles genau filmen werde. Schau mal einfach mal. Und, äh, ich soll hier nicht so viel Akku verbrauchen von der Kamera hier. Gut, dann würde ich sagen, schon mal viel Spaß. Wir sehen uns dann nachher auf dem Festival, wenn wir aufbauen, beziehungsweise... Ich werde mal meinen Schlafplatz dann so zeigen. Ähm, das Video mit den Sachen, die ich jetzt im Auto hab, das hab ich jetzt nicht gemacht. Weil das Zeit nicht noch mal hingekaut hat. Ich hab sogar schon Probleme mit dem, äh, Lügenlord-Format gehabt. Und bin sogar am Überlegen, ob ich dieses Format nicht noch mal, äh, neu starte. Das heißt, die Folge noch mal komplett rausnimm. Und die noch mal komplett neu aufnehme und hochlade. Weil die hat mir gestern schon beim Schneiden nicht gefallen. Aber weil's wieder geheißen hat, ja, ich würde lügen und so weiter, hab ich das Format mal gebracht. Ähm, schauen wir einfach mal. Aber darum geht's hier gar nicht. Also deswegen würde ich sagen, wartet einfach mal ab. Ich werde hier noch eigentlich das Zusammenschneiden, denke ich. Mal schauen, ob ich auch Fans treffe. So, Leute, jetzt sind wir schon mal hier. Da ist mein Auto. Kann man mal kurz zeigen. Hüße. Jo. So. Wie üblich penne ich im Auto. Man soll ja auch das Auto aufbringen. So, natürlich schön mit meiner Drachendecke. Kennen vielleicht noch ein paar von den älteren Zuschauern. Ja. Hilfe. Man sollte vielleicht drauf auch... Bist du ruhig? Man sollte vielleicht drauf achten, dass man nicht die Decke anklemmt. So. Ja. Und jetzt, was ist eigentlich in der Running Order heute noch? Auf der Sache. So. Haben wir eine Running Order bekommen, wenn wir reingekommen sind. Schon richtig schön. Es gab nämlich eigentlich auch, ähm... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Autogrammstunden. Haben wir aber leider noch mal geschafft zu der Band. Zu der einzigen Band, wo ich autogrammen wollte, haben wir es noch mal geschafft. Aber egal. So. Heute haben wir noch die Band Dragon Force und Children of Bottom. Oder Bottom. Freitag. Und das sind genau die zwei Bands, die ich heute anschauen wollte. Das heißt, perfekt. Dragon Force wäre übrigens die Band gewesen, bei der ich gerne noch Autogrammstunden gewesen wäre. Aber, pfff. Ja. Mein Gott, ne? Und Children of Bottom werden wir uns auch noch anschauen. Das heißt, wir sind um 21.55 Uhr. Oder ich bin um 21.55 Uhr vorne und um 23.40 Uhr. So. Bin ja mal gespannt, wen ich von euch auch noch treffen werde. Und, ja. Schauen wir mal. Das heißt, wir sind um 21.55 Uhr. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 unter aller Sau war, muss man echt dazu sagen. Ob ich da jemals wieder hingehen würde, bleibt fraglich, falls das überhaupt öfter ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedes Jahr ist oder ob das bloß alle paar Jahre ist. Jedenfalls muss ich ganz ehrlich sagen, die Organisation von dem Festival war echt unter aller Sau. Dann haben wir nicht da zelten müssen, dann haben wir nicht da zelten dürfen, wo wir eigentlich hätten zelten sollen. Dann hätte man zwei von uns haben im Auto geschlafen bzw. ich habe ja dann nicht geschlafen, ich bin ja dann heimgefahren, aber zwei von uns wollten im Auto schlafen, einer im Zelt, dann sind später nochmal zwei dazugekommen, die auch im Zelt schlafen. Das war komplett Banane. Also das war wirklich komplett Banane und Scheiße, was da abgelaufen ist. Die Security hat nur Plan gehabt, der eine wusste nicht, was der andere macht und ich weiß schon, warum ich lieber auf große Festivals gehe. Auf großen Festivals ist vielleicht immer ein bisschen mehr Scheiße los, aber auf großen Festivals ist dafür auch immer alles besser und anständig organisiert. Zumindest war es auf Summer Breeze die letzten Jahre immer gut organisiert und mir hat es da immer gut gefallen bisher. Auf Summer Breeze hat man nicht dieses Gedöns gehabt, da sind alle schön in ihrer Reihe mit den Zelten und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, da sind die Gassen dazwischen und dann hat man seine Ruhe. Also das finde ich wirklich unter aller Sau, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das war es dann soweit von mir. Wie gesagt, gerade schon eigentlich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Heute Abend gibt es vielleicht sogar noch einen Stream. Mal schauen, wie ich drauf bin. Bis dann.